Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shem King Master of Spirits im letzten Part. Es ist ziemlich viel passiert also, das Buch des Schamanen wurde zerstört sozusagen, die Seiten sind in mehrere Richtungen geflogen, durch Murgasta hieß er glaube ich, und dieser will Mephias, glaube ich hieß er, wiederbeleben, irgendeinen Bösen will er wenigstens wiederbeleben. Kurze Zusammenfassung, ein Böser will einen Bösen wiederbeleben und wir wollen das verhindern, ja. Ähm, ja, im letzten Part sind wir dann hier auf Ryu getroffen, aber irgendwie verhält er sich merkwürdig, was ist mit ihm los? Sei still! Was soll das, Varus? Wieso schleudest du das rum? Ist ja vielleicht ganz spaßig, aber nur so lange, bis jemand dein Auge verliert. Weg hier! Ich werde meine heiligen Stände nie aufgeben, für niemanden! Oh, die Stimme war ein bisschen crazy. Oh, es fängt jetzt zu regnen. Special Effects. Ryu, wach auf! Ähm, ja, wir sollten jetzt als erstes mal, was ist ganz wichtig, ist heilen. Ach, es ist Sushi. Benutzen! So. Aminomaru! Fuck, ich hab nicht getroffen. Und? Aminomaru! Das Polöde ist, man sieht ja nicht, wie viele KP der Gegner noch hat. Glaube ich. Doch, es gab eine Möglichkeit, die KP zu sehen, weiß ich. Die gab es. Zier, zier, zier! Wow! Das war knapp. Zier, zier! Aminomaru! Oh, oh! Pui! Bomben! Ja, jetzt flippt Ryu aus. Na, wo ist er? Da ist er! Hä? Was machst du, Ryu? Oh, er holt wieder sein Motorrad. Zier! Wow! Weck da! Jojo, du sollst dich nicht booken, sondern... Äh, du heißt ja nur Jo. Zier, zier, zier! Aminomaru! Ähm, ja. Ich will's jetzt mal auf die ganz, ganz coole Art machen. Boxen! Oh man, ich hab ihn umgeboxt, wie geil! Und, da haben wir eine Seite des Buches wiedergefunden. Hä? Meister, Jo, was ist passiert? Hast du wieder zu uns gefunden? Zurückgefunden, wie? Ich musste gegen dich kämpfen, Ryu. Oh, das ist doch tatsächlich auf uns abgesehen. Ah, das erklärt dann wohl... Besser, das erklärt dann wohl, warum, wieso mir alles wegtut. Autsch! Was ist passiert, Ryu? Ich kann mich nicht erinnern. Als ich zu dem Schrein hier kam, stand dieser Magistertyp davor. Sein ganzer Körper fing an zu blühen und dann... Weiß ich nichts mehr. Ich bin froh, dass du wieder bei Sinnen bist. Wenigstens hast du es endlich geschafft, deine heilige Stätte zu finden. Hahaha! Lass mich doch mal in Frieden. Hemmel, es ist für mich vieler, weil es Entschuldigung für mein Verhalten möchte ich dir Tokagero überlassen. Würde ein Schamane niemals tun, muss ich dazu mal sagen. Wirklich, bist du sicher? Und ein Schamane würde sowas eigentlich auch nie annehmen. Ganz sicher. Wie kann er uns denn helfen? Wenn du schweren Objekten begegnest, die deinen Weg blockieren, kann Tokagero sie mit deinem Big Thumb-Geistmanöver wegschieben. Ich wusste gar nicht, dass dein Big Thumb-Manöver das kann. Tokagero! Oh ja man, ich hab Tokagero. Jetzt werde ich mich in die Herberge zurückziehen. Ehm Mann, muss ich schließlich auch mal ausruhen. Wow. Gut. Ähm. Jetzt muss ich überlegen. Ja, das ist das Blöde. Man muss wirklich jeden Weg hier einzeln gehen. Das ist ein bisschen blöd bei dem Spieler, aber... Ist ja... Okay. Wann verzeiht es ihm? Tja, 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 tja. Dibidu. So, das ging auch ganz fix, oder? Ähm. Ich weiß nicht, kann ich... Nein, das war das mit dem. Äh. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wo konnte ich mit dem Big Thumb lang? Mit dem großen Daumen! Ja, ich sollte Tokagero vielleicht mal auch ausrüsten. Das wäre doch mal was, oder was meint ihr, Freunde? Ähm. So. Ja, Kusikenji, komm. Das ist cool, aber... Chimimoyo, komm, dich brauchen wir nicht. Ich wollte dich abrüsten, danke. Ähm. Ach, ich habe ein Magnuskop auch. Wusste ich gar nicht. Zieh dich um. Ja. Magnuskop ist sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Oh, ja. Tokagero! Okay. Was Tokagero macht, das zeige ich euch dann, wenn es so weit ist. Aber... Ja, wobei, ich glaube, das wird gar nicht mal so lange dauern, bis ich euch das zeigen kann. Den werde ich relativ bald brauchen. Aminamoru! Oh Gott, das war scheiße. So. Gott, ein bisschen schneller, bitte, yo. Ein bisschen schneller, bitte. Ist jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen blöd, weil man wirklich jede Welt nochmal neu durchmachen muss. Aber das ist bei diesem Spiel fast schon egal, denn es macht einem riesen Spaß. Egal, ob man es jetzt schon mehrfach durchgespielt hat, egal, ob man hier in diesem Level schon war. Aber es ist egal, es macht einfach riesen Spaß. So, und da haben wir die Welt schon hinter uns. Es ging doch ganz fix. Kommt, jetzt gehen wir da mal runter. Komm, hier ist doch sicherlich irgendwas, oder? Na, komm, hier komme ich hier weiter? Nein! Fuck! Okay, hier komme ich also nicht weiter. Na, wie finde ich denn das? Und den ganzen Weg wieder zurück. Wir dürfen jetzt einfach mal ein bisschen suchen, wo wir dann lang müssen. Wir finden sicherlich bald den richtigen Weg. Aminamoru! Aminamoru! Okay, wir finden sicherlich bald den richtigen Weg. Äh, ich gehe jetzt mal ein bisschen mit Guzikenji rum. Denn Guzikenji ist ein Boxer und Boxer sind cool. Du, 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 BOOM! Du, 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 du! Was, man? Ist du mich bitte? BOOM! Also Guzikenji BOOM! Guzikenji ist schon ziemlich cool. BOOM! Ist einer meiner Lieblingsgeister, aber bei weitem nicht mein Lieblingsgeist. Nein, nein, nein. Mein Lieblingsgeist ist... Ja. Gute Frage eigentlich, was ist mein Lieblingsgeist? Ich denke mal, da gehört Aminamoru eigentlich schon dazu. Also Aminamoru ist schon ziemlich cool. Ähm. Hm. Ja, ich glaube, Aminamoru kann man wirklich als Lieblingsgeist von mir bezeichnen. Wenn ich es mal... Hm. Ja. Ich glaube, ja. Ja. Kann man so sagen. Aminamoru ist mein Lieblingsgeist. So. War hier nicht noch ein Box eigentlich? Jawohl. Boah. Voll aus der Luft hat er mich rausgehauen. So ein Arschloch. Überhin drüber. So. Ja, komm, dich mach ich jetzt kalt. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Aminamoru. So. Cool. Aber ich seh schon, meine Energie ist bei weitem nicht mehr so... ...gut. Ach nein, hier war der Totenfall. Genau. Hier war der Totenfall. Ähm, wo muss ich denn dann lang? Links oben, glaube ich, ging's jetzt lang. Seh ich gar nicht. Dü, 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 dü. Dü, dü, dü. So. Hier lang. Aminamoru! Als ob ich gewusst hätte, dass da einer ist. Ganz ehrlich, als ob ich gewusst hätte, dass da einer ist. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Das sagt ja nichts mehr dazu, ne? Und ihr seht's grad links, wie sich meine Leiste auffüllt, meine Geistleiste. Die füllt sich mit der Zeit, denn... ...langsam... ...wieder auf. Es braucht ne Zeit, bis sie anfängt, aber wenn sie anfängt... ...dann lädt sie sich konstant auf. Bis sie im Voll ist, oder bis ihr... ...wieder... ...äh... ...Geistpunkte verbraucht. Dü, 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 dü. Denn jetzt seht ihr es jetzt, bleibt sie... ...wiederstehen. Aminamoru! Ah, fuck. Schade, wäre cool gewesen, wenn ich den jetzt auch noch erwischt hätte. Gut, da haben wir wieder volle Energie. Ähm... Und ich glaube, es geht jetzt... Oh, da geht's vielleicht da lang? Geht's hier lang vielleicht? Aminamoru! Aminamoru! Ja, hier geht's lang. Okay, das könnte knapp werden, darüber zu kommen. Ne, keine Chance. Keine Chance, da muss ich anders hin. Jetzt kommt Tokagero mal in Action. Tokagero! Tokagero! Einfach auf R draufbleiben. Das ist das, was viele da nicht wissen. Und dann eben sich denken, ey, ist Tokagero scheiße. Wenn ich nur einmal kurz R druck, dann passiert das. Ihr müsst wirklich auf R draufbleiben. Damit Tokagero auch weiterhin das Teil schiebt. So, jetzt röste ich mal mit dem Aminamoru aus. Ganz cool hier. Mit Aminamoru rennen wir jetzt durch. So, mir fällt's gerade ein. Ich hab' ich noch nicht mehr gezeigt, was wir mit dem Geld denn überhaupt machen können. Das mach' ich gleich mal. Aminamoru! Oh, dich will ich boxen. Bäm! Was, man? Einfach mal boxen. Einfach mal, wenn man Lust hat, einfach mal boxen. Gut. Mal sehen, was haben wir denn hier oben? Hey, ne Kiste, Kiste, Kiste. Mit Sushi und Geld. Wow. Oh, das war knapp. So, im Übrigen ist das so, wenn ihr Sushi findet. Wow. Leck mich mal, das ist knapp. Wenn ihr Sushi findet. Oder insgesamt Heilung, sag ich jetzt mal. Ich glaub', das war doch so. Wenn man verwundet ist, dann nimmt man sie sofort her und heilt sich eben. Und wenn man nicht verwundet ist, dann nimmt man es als Item auf, dass man es eben später benutzen kann. So. Danke, Kuro! Sehr gut. Äh. Hallo, Geist. Was warst du denn, Feiner? Ich weiß es jetzt grad gar nicht. Nispa! Was war nochmal Nispa? Ähm. Erhöht Abwehrkraft um eine Stufe. Okay. Ihr seht's. Ich rüste Nispa jetzt aus. Zack. Und schaut, dass meine Abwehr erhöht. Ja, ich kann Nispa selbst nicht hernehmen. Es gibt tatsächlich... Nispa ist jetzt einfach nur ein Geist, der meine Abwehr erhöht. Und ich hab's jetzt grad gesehen, ich hab Müll erzählt, Items heilen uns nicht sofort, sondern ich bekomme sie grundsätzlich als Lagerung mit. So, Nispa ist also ganz cool, aber später gibt es natürlich bessere als Nispa. Und dann werden wir natürlich Nispa auswechseln. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh. 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 Bum. Warte mal. Wie war das? Da war doch irgendwas. Ich glaub, da könnte ich doch die hier runterschieben. Ich will's jetzt mal ausprobieren, ob das so war. So. Ja, jetzt kann ich aber die Kiste nicht mehr verschieben. Ja, ich hab's mir verbaut, Leute. Ich weiß grad nicht, wie ich da hingekommen wär, aber... Ist doch jetzt auch egal. Oh, jetzt hab ich's mir hier auch verbaut. Schön. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Du, 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 du. Vogel! Ich weiß es nicht. Hat, reicht es jetzt schon? Sind die Kisten schon wieder resettet? Oder muss ich wirklich den kompletten Bildschirm verlassen? Ich muss den kompletten Bildschirm... Nein, doch muss ich. Den kompletten Bildschirm verlassen, bitte. Dann geh mal zu, Jojo. Du heißt nur Jo. Nicht Jojo. So. Was haben wir denn da? Hey, Kiste, dich hatte ich ja gar nicht gesehen. Interessant. So. Was haben wir denn hier? Ach, da waren wir schon. Gut, 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 gut. Wir kommen weiter. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Oder auch nicht, denn wir gehen ja gerade die Welt wieder zurück. Deswegen können wir nicht wirklich von Fortschritt reden. Oh, Mann. Den ganzen Weg wieder zurückgehen. Das Problem ist, ich habe gerade echt schon meinen linken Zeigefinger auf die Speed-Taste drauf, aber... Nein, ich darf es nicht. Ich darf es nicht. Ich will... Endlich, ich will wirklich damit aufhören, die Speed-Taste und Save-Stats die ganze Zeit zu abusen. Damit will ich wirklich aufhören, weil das ist einfach unprofessionell. Das ist einfach nur noch scheiße, wenn ich das mache. So. Mach mal neu. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. So. Dann mal schnell hier diese Kiste verschieben. Tokakero. Und weiter geht's da. Oh yeah. Die Kiste wieder verschieben. Tokakero. Mit Tokakero. Tokakero ist ein ziemlich cooler Geist. Hm. Tja, ja. Ein langer Weg wieder. Und ich sehe schon, der Part ist vorbei. Ähm. Ich weiß nicht, mache ich jetzt noch kurz bis dahin? Ich glaube, ich mache dann offscreen einfach mal bis dahin. Und dann sehen wir uns da jetzt gleich wieder, Leute. Ich... Das war Let's Play Shaman King Master of Spirits für heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.